Jeden, der noch bei klarem Verstand ist, muss bei Ihren Plänen der Spaß vergehen. Es ist bitterer Ernst. Sie, Minister Habeck, wollen den Untergang Deutschlands. Schließlich fanden Sie Vaterlandsliebe schon immer zum Kotzen. Wir nicht. Wir lieben unser Vaterland und werden uns jedem Angriff auf unsere Art zu leben, entschlossen entgegenstellen. Auch darin unterscheiden wir uns von den grünen Kommunisten und all die, die da mitmarschieren. Aber irgendwann werden Sie alle sich verantworten müssen für die Verarmung und für die Verelendung großer Teile des deutschen Volkes, für die zehntausenden Toten bei einem Blackout und durch die Gentherapieschäden, für die Ebenung des Weges in den Totalitarismus und vor allem für die geschundenen Kinderseelen aufgrund ihrer menschenverachtenden Corona-Politik. Nicht vor einem weltlichen Gericht vielleicht, aber spätestens dann, wenn Sie vor Ihrem Schöpfer stehen. Ich verachte Sie bis auf wenige Ausnahmen zutiefst. Vielen Dank.